Oh, sind meine Einheiten schon fertig? Ja! Na, wenigstens die Fabriken leisten gute Arbeit. Und, schicken los. Egal, wir haben einen Elite-Commander. Was kommt als nächstes? Held oder so? Ja, der verbessert meine Einheiten. Ich glaub, die werden natürlich schneller und genauer oder so. Halten die auch mehr aus? Keine Ahnung. Das wär cool. Wir kommen auf jeden Fall in den Rang des Commanders, dass wir dem zugewiesen sind. Und die Commander haben einen schönen Rang, vielleicht ich muss sagen. Also, doch, ja. Oh mein Gott. Mal schauen, ob wir jetzt rüberkommen, ohne wieder die Hälfte der Einheiten zu verlieren. Ja gut, wir haben die Hälfte der Feinde hier im Verteidigung schon ausgeschaltet. Das sollte das möglich sein. Ihr schießt mal kaputt. So, fahr jetzt erst nach rechts oder erst nach links? Ich fahr erst nach rechts. Links, ja genau, ich fahr nach links. Ich kann aus der Karte rausfahren. Ich bin Chuck Norris. Chuck Norris kann in Super Mario Bros. nach links laufen. Ha, wer will das nicht mal machen? So, jetzt fahr erst mal alle... Oh, die stehen immer noch da drüben. Ich glaub's einfach nicht. Pff, das ist der Wahnsinn. Die machen mich wahnsinnig. Ja, und... Oh, wie sind die an dem Bergfest keilen? Ich glaub's einfach nicht. Man kann nicht daheim, man kann da nicht langfahren. Das ist für die Entgegner kommt Verkehr. Ingegen... Gegen Gegenverkehr... Gegen Gegenverkehr, ja. Im Gegenverkehr kommt Verkehr hingegen. Wem passiert das nicht manchmal? Komm, macht mal plass hier. Der erste Kommande zieht sich zurück. Die ganze scheiß Adlerike. Oh, die haben doch noch mehr. Fickt euch ins... Ja, fahr halt noch... Ne... Warum kann ich kein Deutsch? Alles eure Schuld. Fickt euch ins Knie. Fickt... Nein, net an Aufwand. Bloß net an Aufwand. Macht bei dem Bunga dann noch platt. Das Ding macht da noch platt, komm. Ah, schnell, bevor sie euch platt machen. Das ist so schwer. Na komm! Ach, es ist doch nur eins auf der Fick, der Turm. Ah... Die sind geil vorbeischießen. Richtig geil! Oh, komm, verpiss dich! Du nass! Geh sterben! Wird das heute noch was kommen? Na komm! Komm schon! Und weil er noch da steht, machen wir das Ding auch noch platt. Na also, und jetzt weg da. Wie viele Einheiten habe ich denn diesmal verloren? Sieht gar nicht nach so viel aus. Ich sag mal, kommen wir an, dass wir das suchen. Hä? Und eins, zwei, drei. Okay. Und Verstärkung! Geile Scheiße! So, wie viel können wir dem... Oh, geil! Ich kann dem guten Kommande ewig die Einheiten jetzt zuweisen. Oh, geile Scheiße! Oh, ich muss noch mehr produzieren, glaube ich. Fahrt mal weg, ich will wissen, was noch... Moment, du bist noch nicht zugewiesen. Lernst ja halb kennen. Äh, dich weise ich dem dazu. Gruppe 1, meldet! Gruppe 2, meldet! Äh, ihr seid auch noch nicht zugewiesen? Geil! Ah, ihr könnt jetzt alle zu dem da. So, also. Rückzug zur Reparatur. Ich brauche noch eins. Elf, zwölf Einheiten. Ich muss zwölf weitere Einheiten bauen. Dann bauen wir noch zwei Panzer. Zwei Lancer. Ach, warum nicht? So, dann habe ich jetzt... Acht. Neun. Tön. Elf. Lalalalalalala. Seid ihr alle repariert? Schön, schön, schön. Oh, dauert die Mission wieder lang. Die Mission dauern alle so lang. Ja, deswegen spiele ich ja schon seit zehneinhalb Stunden das Spiel. Oh, voll der... Moment. Du bist noch nicht zugewiesen? Muss ich drücken wollen, oder was hier? Was soll denn das? Hab ich mich vor der Musterung gedrückt? Ja, hab ich. Ha, ich hab zwei andere Brüder und muss da nicht hin. Na, geil. Anderes Thema. Interessiert. Oder interessiert es jemanden, das ich nicht bei der Musterung war? Wer will da schon hin? So, was kann ich jetzt machen? Ah ja. Zehn, elf. Ach, ich brauch zwölf Einheiten. Ich werd eh wieder eine verlieren. Minimum eine. Ich mein, ich verliere sie schon allein auf dem Weg zur Front, weil sie alle an dem Scheiß... Ja, ich weiß nicht, ob wir es jetzt rüber schaffen, ohne dass alle hängen bleiben. Haha, nie und nimmer. Nie und nimmer. Oh, komm. Ich komm ja nicht mal mit allen meinen Einheiten dahin. Oder ist das so auf der Berg? Ja, ist ein Berg, oder? Ja. Ja. Spitzerberg. Spitz, Spitz. Graf ich jetzt erst da an. Pfff, wahrscheinlich Jacke wie Hose, wo ich reinfahre. Aber oben ist ein Forschungslabor. Das schreit förmlich nach... Technologie! Adefakten! Hm. Ja, die hol ich mir jetzt. Hm. Vielleicht auch nicht gleich. Hm. Das dauert noch einen Moment. Lol, oh. Zwei Stunden später. Drei Stunden. Okay, ich bin realistisch. Schau mal, vier Stunden. Und die Commander stehen natürlich wieder ganz vorne. Ja, genau. Da, wo ihr hin sollt. Ganz nach vorne. Damit, wo ich ganz schnell killen kann. Ich meine, okay. Sie sind weit befördert, aber die halten das Handeln ewig aus. Da, der erste Commander ist schon da so schnell, wie ich scherche, dass ich zurückziehen muss. Fick dich ins Knie. Fick dich einfach nur. Komm, wir wollen da jetzt rein. Ja, sie schießen natürlich alle auf die Commander, die ganz vorne stehen dann... Oh, das geht's nicht. So geht das nicht. Missions-Tamer aktiviert. Ich muss wieder da hüben. Nein, ich bin schon da hüben. Okay, ich muss die Commander irgendwie weiter hinter kriegen. Wie kriege ich die weiter hinter zur Hölle? Kann ich denn irgendwie befehlen, weiter hinten zu bleiben? Nein! Moment. Hohe Reichweite? Was passiert, wenn ich die alle auf hohe Reichweite stelle? Äh, passiert da irgendwas? Was? Sie stehen weiter hinten? Oh, geil! Oh, geil! Oh, er macht ihn halt platt! Oh, ja! Ihr seid so unfähig. Das gibt's gar nicht. Hm, geil! Hohe Reichweite rockt! Oh, wie so Sackbringt ist niemand. Kevin! Warum hast du mir das nicht gesagt? Schäm dich! Verdammt! Oh Gott, wie ich die anderen schon wieder verliere? Wie sie einfach nur wieder schon verliere? Egal! Da, vernichtet, vernichtet, alles vernichten! Wir müssen zerstören! Muss zerstören, Menschheit! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie viele Lenser haben denn die da drin? Macht mal platt! Oh mein Gott, sind das viele Lenser! Ihr sollt den Lenser und den Scheiß Turm einäschern! Einheit, Brauch, Verstärkung, egal was! Nein, Panzer und Lenser werden bevorzugt! Was passt noch? Nein, Lenser! Steck los! Oh nein! Nein, das sollte angreifen, ihr Idioten! Nein, bin ich blöd! Greift die Mörser an! Greift, greift! Oh Gott, Lenser! Rückzug zur Reparatur! Schnell weg! Was machst du da? Fahr weg! Sag mal, hab ich nicht gesagt, ihr sollt wegfahren? Wo fährst du denn jetzt hin? Fahr da weg, du Idiot! Sag mal, ihr seid doch... Seid ihr scheiße im Kopf? Was frage ich das jetzt überhaupt? Verdammt, Fahr da weg! Ey! Nee! Nee! Einfach nur nee! So, die Reparatur-Ausgänge stelle ich jetzt mal herunter! Das geht ja nicht, wenn die da oben sind! Nee! Echt! Nee! Gott! So, die Verstärkung? Nein! Die braucht noch über ne Minute! Oh, fast zwei Minuten, was erzähle ich denn da? Und da noch mal dasselbe Spiel? Oh, da steht ne Fabrik! Ah, wie geil! Oh, da steht da ne Fabrik! Seid ich grad! Ah! Oh nein! 20 Milliarden Mörser! Ach, Mörser! Nein, Lenser! Und da hinten ist noch mal... Oh, fegt euch ins Knie! Egal, wir kommen vorwärts! Wahrscheinlich viel zu langsam, aber irgendwie... Da repariert den halt! Muss man auch die Einheiten einzeln zuweisen, sonst wird das nix, oder? Voll lächerlich, die mobilen Dinger! Kriegt er auch mal ne bessere Version irgendwann! Sub 2, ansonsten... Was soll mir das überhaupt sagen? Da stand da glaube ich hin und wieder mal Kamera, ne? Sagt mir das irgendwas? Mission 2 unter Mission 2 im Beta-Team, oder so? Keine Ahnung! Ich kann da wieder raus! Überhaupt nix zusammen rein! Halt, Moment! Du bist noch gar nicht fertig repariert, ne? Warum bist du noch nicht fertig repariert? Verdammt, du bist mal Elite-Einheit und du bist nicht repariert? Bist du bescheuert? Komm! Commander... Warum hast du dem Commander nicht repariert? Es gibt so... Ja, blockt wieder, komm! Lass dir... Oh, ich glaub's einfach nicht! Ach, echt? Nee! Einfach nur nee! Wieso kann ich Berge eigentlich nicht springen? Krieg ich irgendwann mal was? Bergesprenger! Unimative Berg-Spreng-Einheit! Oh Gott! Fünf Einheiten verloren! Äh, wo ist denn jetzt mein toller Commander? Da! Ja, genau! So, drei weitere kann ich zuweisen... ...dem anderen... ...wär ich mir jetzt, ne? Gut Glück! Was? Ich hab doch euch... ... Fantastisch! Fängt auch mit F an! Auch wenn ihr das jetzt nicht sagen wollt... Das war jetzt doch wieder falsch, ne? Egal! So! Wie viele Einheiten brauche ich jetzt wieder? Sechs! Oh, komm! Nein! Neun! Hm! Geil! Neun neue Einheiten! Egal! Stell her den Scheiß! Mach dann... ...8! Bauen wir noch nen Lancer, komm! So! Jetzt sind wir bei feinen neuen Einheiten! Mal wieder speichern! Ich werd's mal so verspeichern, hab ich das Gefühl! Äh, jetzt sind alle noch vorreichbarer geschalten! Verdammt, das hätte ich früher wissen müssen! Ja, ja! Beim nächsten Mal durchspielen weiß ich's! Ah, ich werd's nie wieder spielen! Nie wieder! Also, nachdem ich mir im Let's Play verrichte bin! Scheißspiel! Ich hasse es! Ihr keilt euch da jetzt nicht wirklich an dem Loch ein, oder? Ah! Ihr seid so... So... Ich kann's gar nicht beschreiben, wie ich denjenigen, der die Kollisionsaufrage... Nein! Die Wegfindung! Wenn ich den erwische, ich schlag den so tot! So tot! So tot wurde er in seinem Leben noch nie geschlagen! Und dann werd ich anfangen, ihm richtig weh zu tun, wenn er tot ist! Hei, 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 hei! 90% der Zeit bricht doch nur damit meine Einheiten da! Oh ja, und die Atarie beschießt mich schon wieder! Geile Scheiße! Und ich seh schon wieder Lancer! Knackt das Ding! Knackt es! Oh ja, es knackt mal... Ja! Mit einem Beschuss knackt's meine Einheit! Aber meine müssen 20 mal reinschießen, bevor der endlich... Oh! Vernichte das endlich!